in 23 steht schwer live dann hoffen ist dass das was gesehen der mensch schon einmal klänge problem ja ich bin live sehen wirst man tun ja dem tun geht aber so da sind immer gespannt Und den Thea, du warst der Wahnsinn. Merci, merci. Den Danielson, da sagst du. Danielson, bist du den Danielson aus der INL-Klasse? Du warst heute nicht beim Test dabei. Höher verstanden, ein Audio-Test. Ich kann auch nach einer anderen Mathe machen, das kein Problem. Sind danach die Hüse aufgesucht, müssen ein anderer Rendezvous davon. Okay, Danielson, merci. Andrea, hast du meine... Wie viele Leute gucken, das war schon 6, wunderbar. Ich will aber, wie geht das schon mit der Kamera aus? Ich habe das der 4. Mai 2020 und das lag 1 Minute auf 8. Der Riccardo warst du, mein lieber Riccardo. Riccardo, bist du bei mir am INL-Klasse? Also, das ist kein Problem, wenn du den Audio-Test verpasst. Dann machen wir ein anderes Rendezvous. Okay? Kein Panik. Aber du hast du... Aspargo, hast du... Aspargo Atomico. Das ist der Rieschen, aber das ist der Nick-Name. Bom. Das ist der Nick-Name. Mankungen, Tom, you. Mankungen, dann eben. nicht schon auch ein paar sachen a las war merci ich habe schon gefällt du hast mich vergisst ja schon komplexe programm haut weil ich wieder schon eine zum koha dann du mein audio test gemacht das alles nicht so einfach dass viel gekniffelt gekniffelt lots of details technical details detail technik da sie selber sucht um er sich dieser sein headset gelingt oder geschenkt ich weiß nicht dann proposieren ist das mal aufhängen wie geht das schon wieder muss ich heute raus ja da weiß ich erst für täschte mein word document das dann doch und schmau kamera was ja schon erzählt dass ich einen index gemacht mit all den kuren alle video chatten die spieler machen anhege sie doch gut für die meinte dass also heute feierte mehr dass der nummer auf 50 der nummer auf 50 ein klein paar die woher natalia natalia du warst auch nicht am zoom für den nl für den audiotest mama okay okay ja also dass ich als wir dann mit 2 nl klassen a22 niveau annaut mama zeit 100 809 und seit 123 und das weil da zähl ich die zeit 100 adressisch anders der start von der lektion sieben neue michelle neue fred le monigas nato ist dafür die nächste woche und das ist nichts letztes beschleunigungen video lektionen das ist der kur vom feierte mehr das also haut das ist ein mehr das ist nicht mehr brille moja wie geht das alles an der rei merci dass ihr das matt macht das ist der kurse mit zwei klassen um jennau nl niveau a22 aufgepasst nicht schon den hieschnapp am moment net schon nicht schon ich da ming stemm diassi sara suchte an den alexander gute nove alles an der rei ja damals was den tun gut sie damals ja das also kapitel gesund leben lektion 7 seit 100 809 123 100 adressisch für die wo buch und für die die probleme schweißen seiten auch am video chat giselle das ist ein cadeau das geschenk auch wie leif vielmals merci und du noch wird könnt dann ein foto beschreiben und dann ich noch ein exerzisser an ein klang überraschung von alles klappt ich hoffe nicht klappt alles gesund leben also dann guck mal ist das unter das heute pdf weil er gesund leben heute seit 108 und oder hau für den 50 geburtstag vom kohen ich weiß nicht ob ich geburtstag kann so viel glück merci moja katerin also hat gesund leben liefern 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 dass das wie wo to live gesund seh ansante halte und du da 1 2 3 4 5 6 foto la kapitel 7 und oder lehrziele les objektiv d'apprentissage learning goals und nur diese lektion könnt ihr normalerweise ein gespräch beim dokter feiern wenn ihr ein dialog mit einem schilder médecin to be able to talk with a doctor symptome auf wo krankhäte beschreiben und du und noch frohen und du und noch sei seh las and you can ask for them vous pouvez demander czyli las wou pouvez demander czek united 서로 was asymptower rotschleigin aus rohen rotschleig da dest de plurie look taإ pro rotschlot de kontel adviㄱadvices das an dem Fall. Kurz Telefonsgespräche feiern, Messagen verstehen und darauf reagieren. Voilà, das sind die Ziele von der Lektion Nr. 7. Und dann haben wir hier den Punkt Nr. 1. Guckt die Fotos an. Welche Leute schwätzt als Spekulärer zu zweit? Übersetzt Gewohnheiten. Was? Schwätzt als Spekulärer zu zweit? Zum Beispiel, ihr wart, entschuldigt, ihr wart ihrs Gewohnheiten und sujets der Gewohnheiten. Was war das? Habitüde de Nouritür. Also, was da so normalerweise ist, your eating habits, Spurt, Wunsituation, zum Beispiel, ich mengen, die ich frage aus, ich mengen, das ist ganz wichtig, viele Lützebäuer benutzen, das permanent, das ist, was ich nicht ganz sicher aus. If you are not really sure, sie sind nicht sehr sicher, wo die ich mengen. Ich baue es denken. Ich mengen. Vielleicht hört der Junge, ich mengen den Mann hört. Was wir die Fotoe beschrieben haben, da gucken wir halt die verschiedenen Texte an. 1, 2, 3, 4, von 6 Texte an. Die müssen wir dann mit den Fotoe kombinieren. Und auch lauschen. Und das ist alles. Das ist also kein ganz großes Programm. Dafür, ich weiß es nicht, ob wir eine ganze Stunde mal da gefüllt kriegen, mir ist das egal. Also, Foto Nummer 1. Salut, Eva. Salut, Naschid. Foto Nummer 1, ja. Wo wohnt die Madame? Eher Meinung nach. Where does she live? Wat is sie? Müsst sie Sport? Wat mengt er? Sarah, Je suppose? Ich mengen. Welkeen Apps schreibe bei die Fotoe? Als sind da 6, he? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, Kay schreift Appes. Foh und die Madame, Wat is die Madame? Müsst sie Sport? Foto Nummer 2, Wo wohnt die Herr? Wie alles hier? Müsst ihr Sport? Foto Nummer 3, Wo ist sie? Wat misst die Mann? Wo wohnt die Herr? Müsst ihr Sport? Wat ist die Herr? Wie alles de Boeuf? Wat misst die Mann hier? Foto Nummer 5, Wat misst die Mädchen hier? Foto Nummer 6, Moje Mohamed Aisha. Mohamed, du warst am Zoom-Lograt, am Audio-Test. Nächste keer weisen es die Lesung, ok? Danach gucken wir mal die Lesung. Boah, wo er kein Appes schreibt, Foto Nummer 1, wie geht das schon, wenn du musst schreien, ja, ähm, schreien auf, ah, Foto Nummer 1, an der schreibt, ja, Foto Nummer 1, der schreift, äh, man da mal so nennen, Altersheben, Altersheben oder Pflegeheben, das geht auch, Altersheben, dann hast du nach mir autonom, Pflegeheben, da brauchst du Leute, die sich um sie kümmern, was isst sie ehrameinung nu? Käske el manch, wat does she eat? Lass ver, sie geht an der naturspartseieren, nicht am natur, an der naturspartseieren, moi es alle, äh, Foto Nummer 3, sie sind an einer Klinik, ja, oder an einem Wartesaal bei einem Doktor, ma, haut sie da mir rauisch, ha, gefällt es das Syche nicht, gesund leben, das aber aktuell, ne, der Weltleber, mein Witze, ma, mein Witze, wo ist sie? äh, ma, theta, ma, die, ma, ma, ha, 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 manche Gänze. Das ist aber nicht live. Sie kacht vielleicht auch selber nach. Nummer zwei. Hier spielt Fußball, ja. Und wo wohnt hier? Eher Meinung noch. Wo wohnt hier? Where does he live? Where's he live? Wo wohnt hier? An enger Villa. An engem Appartement. Bei seinen Eltern. An engeren. Also ich verbessere mal den DR nach. Sie ist wat sie krit. Foto nummer Atomico. Hier fährt man Velo durch Döbisch. Durch Döbisch. Foto nummer zwei. Hier nass. Äh. Fußballspieler. Iva. Ja. Foto nummer Faya. Wie alle sind Ehera Meinung noch? Wie alle? A Foto nummer sechs. Wat öst hat? What does she eat? K'est-ce qu'elle manche? Boah. Boah. Sind wir nicht zu viel? Oder für wat schreiben wir nicht zu viel? Wir sind aber zu 27. Wie ist dat, jungen, amerischer? Genas an der Schule. Voila. Oder hier geht an der Schule. A Vialas hier ungefähr? A Vat öst hier. Dat soll man joch noch frohen. Vat öst hier. Ehera Meinung noch. Vat öst hier. A Ziu aber sechs total verschiedene Fotoen. De Föne. Findest Sportler. Je mischt Sport. Amadur Richtig. Aspargo schreift hier nur ungefähr von der Fjord oder hier das ungefähr von der Fjord all. Boah. Bisse mehr aber. Weil ihr geht aber schon an die Schule. Sechs sieben. De Jury schreift hier wohnt an einem Haus. Ja wir hin das vielleicht auch nicht mit daheim. Hier wohnt an einem Appartement. An einem Studio. Ich weiß nicht ob hier bestellt das. Er hat gesagt ich kein Rang hier in der Hand mit dem jahr. Und das ist auch komisch sind Fussballschuhen. Die hier ist rot und hier ist weiß. Ja hat telefoniert hier ist auch was gekriegt ja mit Leva Fritte hier ist Leva Fritte Giselle schreibt Mann Fährt man will für gesund zu hohen für gesund zu bleiben oder für ein gut gesund zu hohen für ein gut gesund man will für richtig hier ist ein Schmier oder ein Apple Lachs Wacht du musst einen Artikel dabeisetzen ein Schmier oder ein Apple geht schon aber also da gucken wir was an den Text da steht und da muss er dann den richtigen Text mit der richtigen Person kombinieren ja dass dafür müssen ein Experiment ich hoffe dass es klappt also das Video 137 dann gehen ich mal gucken sonst lesen ich es selber viel dann meine ich aus Natalia schreibt er hat schwitzt um Telefon Ers Bago schreibt hat gesagt besucht aus ja Iva schreibt hat hört Salute für CS ja richtig also ich mal habe mein Mikro aus im Moment schon lauschtet gedubt was ich essen für so viel wie menschlich energie zu haben und kiff hat un zu setzen lauschtet alle texte was für ein text passt bei was für person kombiniert gesund gesundheit gesundheit es muß im tera immer an top form sinn ich mache fünf mal twoch fitness genau moyen joggen und er könnt natürlich nach dem training dabei ich passe ganz gedubt werde ich essen für so viel wie menschlich energie zu haben an kiff hat un zu setzen voilà hat geklappt am tone hat geklappt am tone am du hast witzig hat rift nicht ruft hat rift mich un ja am du hat kennt dich vielleicht hat fünnt dich vielleicht leif rift da und ja also las war schreibt den audio nummer ehn den as man bild numero 2 ja so gesehen ist da doch hier schreibt ja super ich meine den ton war ein bisschen hart also gesund das wichtig thema Tee weil Tee ist sehr schlecht ich muss immer an top form sein ich möchte von auf mal für fitness ich gehen alle neuen joggen und das könnt natürlich nach dem training dabei sich ajout und plus ich passe ganz gut ob was ich essen für so viel wie ich Energie zu und kein Fett umzusetzen so there will be no additional Fett you select that pas de grasse supplémentaire merci ja trifft mich schon ja alter amadou gedou also das war den end gesundheit als wichtig thema und das wird schon geklappt da machen ich den 2 den 3 an der feier hann den na da gewann da könnt auch die fünne von der sechsten machen mal mal den 2 den 3 an der feier da brauche ich nicht immer so ab zu passen also das lo könnt an den 100 adern drüssisch normalerweise ja dann ich mache mir so schön in Gesundheit ich sind nicht mit die jängst an ich sind noch nicht mit zu faus ich muss und all da ob man ist feier mal mein Blut druck und ich genau feier zwing dich bei mein Haus doktor für mich einer sich zu los Ich mache mir so schön an min Gesundheit ich sind mit die jängst an ich und ich genau feier zwing dich bei meinem Hausdoktor für mich einer sich zu los mor 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 mit der schule bei dem schuldoktor das tun ich gar nicht gar wir müssen pipi machen und den doktor guckt an den hals wir müssen noch ganz groß ein ganz klein Buchstaben lesen mein Freundin fühlt sich zu dick und hat viel am Internet recherchiert für zu gucken wird am besten auf lecker hat 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 schon probiert den ganzen Tag nicht zu essen mit das war ein kat 6 pro ambulanz gerufen ich fand hat nicht zu dick ich und ihm wird schon ein paar mal gesucht mei hat gelieft man nicht morgens mamma hat der schule bei der schuldoktor das tun ich gar nicht gehe wir muss pipi machen und den doktor guckt an den hals wir muss noch ganz groß und ganz klein Buchstaben lesen mein Freundin fühlt sich zu dick und hat viel am internet recherchiert für zu gucken wird am besten auf leckon hat schon probiert den ganzen dag neis zu essen mei dat war ein einzig katastrophe hat das letzte woche an der schule schwach gefall und das französ sprach hat ambulanz gerufen ich fand nicht zu dick ich ihm das schon ein paar mal gesucht mei hat gelieft man nicht ich so nicht nicht gar mei isch hassen doktorin sie mache mich nervös an isch kreien heian stu ein panik attag wann isch an enger klinik oder enger praxis sinn ich muss mich auch forsören an blutanalyse zu golen ich drehen in de kapp immer a wasch war nicht so wei das ich erzählen dat leber nicht weiter das möcht nach in de gegmt mei isch so enet net geher mei isch hassen doktorin sie mache mich nervös an isch kreien heian stu eng panik attag wann isch an enger klinik oder enger praxis sinn isch muss mich auch forsören an blutanalyse zu golen isch drehen in de kapp immer a wasch war net so wei das isch zählen dat leber nit weida misch nach in de gegmt mei velleit a minge mal da fengen un sich golen zu losse an dat versteh nech isch fann net wischtig och an der pension nach gut aus zu gesehn a gesund zu lieven isch helle mich fit a verbringe ming freizeit zum grissten deel an der natur lang spazier gang a will ost hier mit minge bekannte sinch golen zu losse an dat versteh nech goen net isch fann net wischtig och an der pension nach gut aus zu gesehn a gesund zu lieven isch hal mich fit a verbringe ming freizeit zum grissten deel an der natur lang spazier gang a will ost hier minge bekannte sin ideal für stress aufzubauen an de kap frei zu kreien ok wird es geklappt sie danach do oder alles her oder ein froh also da fängt man einfach für und ich mache ma so ich ne min gesund t des you see i worry about my health ich sind nämlich die jengst i'm not the youngest anymore ich muss mein blut trock je mesure ma pression sang in i measure my blood pressure moi stefan ich kenne auf jetzt ich bei meinem haus dokter für mich einer sich an zu los checkup analyser boh also nummer zwei ich meine das chlo das bild nummer und sie 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 möchte sich zwischen mir gesund hat und dann die nächste nummero drei murgen morgens hat schul bei de schuldoktor da tun ich nicht gehe ich muss pipi machen ver pipi so he has to test his pipi his urine und und doktor guckt an to ren an an den hals und wir müssen noch groß ein klang buchstaben lesen sie kriegen da kontrolliert merci stefan dass du da bist ja also das die klänge bov und nummer feuer mein Freundin fühlt sich zu dick als sie son tro groß she feels that she is too large und sie hat viel am internet recherchiert für zu gucken wen am besten auf wollen to lose weight perdre du poids hat heute schon probiert den ganzen der nächsten ist aber das war eine einzige katastrophe hat das lecht wo er schwar gefällt elle ist tombé dans le pommes so she feinted und fransais spurt fransais spurt ambulans gerufen ich fand sie nicht zu dick i don't think she is too large fat ich pass back elle war trop groß ich habe schon ein paar mal gesucht hat gelebt man nicht ja das das kleine mädchen oder junge mädchen das ganz komisch das hat sich zu dick gefällt mir boh schon schüt verres ein problem ich so nicht nicht kann mich hassen i hate je deteste moyen stefan auch und die ganz pardon und all die an partizipan die sind auch scher rau stefan sie schwarzen sie chatten nicht viel matt sie machen mich nervös ich kann panik attack wann ich in klinik oder in praxis sind ich muss mich auch forcer an blutanalyse zu gehen ich lehme nicht an analyse gehen he doesn't want to do that ich drehen in the cup a wash he turns his head he turn la tête when it so we das is erzählen that lever nicht weiter so es mischt nach en de gag mit mir de gag machen sem ok to make fun mischt nach de gag mit mir oder dass de man an der praxis an der soldatant an die lechten viel leiden mit dem alter fangen und sich gehen zu los de lecce allé they let themself go das verstehe ich gut nicht le verstärkte nicht ich nicht nicht wichtig auch an der pension noch gut aus zu gesehn to look well aber mein bon Physik a gesund zu leben ich halte mich fit a verbringen passé I spend min Freizeit zum größten del an der Natur lang spazier gang a villos tier tier das de pluriel von tour des promenades en vélo bicycle trips mit minge bekannten des gens qu'il connaît people he knows sind idéale für stress aufzubauen réduire to reduce und de cap frei zu creen dégager la tête merci also schmengen deut verstehen wat für bild bei wat für test text passt ja das schon erstaunlich das hat mengt hat wird zu dick she thinks she's too fat bon voilà er wäsch dreinen dat mischt dat jodou hin drennt ik hab er wäsch il dreinen tourne la tête er wäsch il wil nit kouke van hinanden arm gepikket he doesn't want to see his own blood il wil po boar sa o son propre son voilá boéno dat war dan den uffang von der lektion 108 von der lektion nummer 7 seit 108 an 109 da weisen jäsch nach seite 123 dat ist grammer op e blick an wat gizimma do ah er modal verben mussen derfen sollen können willen an och grammer seit 108 dan russisch die hummer jo schon enke gemach a est dan lo narrenke am det teilt modal ver mussen sollen können derfen will an dat ganz kriet narrenke zack modell werben mod beispiele konjugation von dem modell werben die können da trainieren an wat wollte schweißen schuh selva orap es gemacht an zwar ob exerciz.lu am a22 für ming schüler zu helfen ein exerciz modell werben voilà sind dem oder in na nu geht es im kong die zone muss das richtig ausfüllen der braucht teile und ob zu passen was verwerb weil den infinitiv steht schon du ich gesehen schon halver was wolltest als nächstes machen mama das als nächstes weil das kompliziert geht bestimmt alles schief mich schon eine ganz schöne überraschung gerut ganz leif wie meinst ja da muss schau hin go und da gehen schau raus ja das ist noch mein halb ekran und zwar äh grud ist ein litte geschenkt er tut ein litte für mich gesungen äh ich weiß nicht ich leufe den text okay an du nur höre mal dann litte wann alles klappt da passt mir mal ab alles war schreib für den end es muss mu bei doktor gehen also litte den text wie gesagt er aus ja kommt er guckt alle etwas gratis er frei staying home while staying home mal litte boy es mam jeroom hier hält ZEI VACH AL DAG KNEH UM AARD STAYING HOME WHILE STAYING HOME MAAR LUTZEBOYERS MAM JEROME KOMMT A KOKT AL So, hallo, lauschen wir mal an die Lüte Da gibt es hier auch den Sound Ah, ne, ich muss ja auch den Mimiko ausmachen STAYING HOME WHILE STAYING HOME MAAR LUTZEBOYERS MAM JEROME STAYING HOME WHILE STAYING HOME MAAR LUTZEBOYERS MAM JEROME MAM JEROME MAAR LUTZEBOYERS MAM JEROME STAYING HOME WHILE STAYING HOME MAAR LUTZEBOYERS MAM JEROME KOMMT A KOKT AL MAAR LUTZEBOYERS MAM JEROME STAYING HOME WHILE STAYING HOME WHILE STAYING HOME MAM JEROME WHILE STAYING HOME 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 WH Untertitelung des ZDF, 2020 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 und ich meine, das geht für heute, aber ich habe schon viel heute gemacht, ich wollte erst nach dem Rendezvous für mich, weil es ein anderes Programm für mich, also ich habe da mal fertig, ich habe das extra da, so funktioniert das, also keine Chance, also da ging ich da mal anstatt da nicht das, da, 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 im Moment, eine Schlift, so, hier ist das, ich, du meinst Computer, du musst mehrheitlich permanent spielen, das tun auch schon andere Leute, so. wichtig linken bonjour.lu bonjour.lu slash mp3 du kriegst mp3 von der Gemeinde Lützebäuer exerciz.lu ich kann dir mal nimmst wiederholen ob Quits Leute fanden auch interessant exerciz subject Lützebäuer lod.lu sowieso Lützebäuer Wikipedia hier sind mit meinen Kontaktadressen lux.gmail.com ich bin auf Facebook auf Twitter die Archive für meine Videolektionen von hier auf YouTube Merci dass ihr so gut mitgeschafft habt Subscribe ja ihr könnt den Kanal abonnen da geht ihr automatisch geworfen wenn ihr etwas Neues könnt Kommentare los mein Videoarchiv ein neuerste Programm für dann das Woche heute haben wir A2 gemacht Main das an Donnisch das machen ist A2 das für meine Klasse beim INL und dann ist es am Mittwoch da meine ich A1-2 und A2-1 zusammen das für meine Klasse bei der Gemeng WDL Freude zum B2 das für zu schnissen und Samt ist es besonders als Atelier Workshop aber wie immer um 8 Uhr TH was ist das der Griechendeel für fest erstellen also fest erstellen als CDI der Griechendeel als CDD da sie den innen CDD angestellt stellen erst mal CDD an das ist nicht fest das ist eben Dure Determiné oder Dure Indeterminé Können ich entlos sind da das to Feuer zu renvoyer quelqu'n Tja Müll erstellen ne das geht fest erstellen oder Müll erstellen ja du kannst probieren vielleicht machen ein Lied hier nöt mich Müll angestellt na 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 Müll erstellen nicht schlecht auch Proofzeit erstellen ja das geht doch voilà alle Freunde oder sonst noch ein froh also dann bis morgen bleift daheim hier ist da bausen alle guä wieviel sind da nach tu 27 moa merci bis mua bleift daheim erste bausen nach guten ofens mit 2 d das ofens männlich und gut nöt gut mit 2 t weiblich so loge ich aber raus man man stadt high nöt 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 lez schoen aus spiel nicht dann nöt zum schluss den text scroller muanessa fred wen ich muss ich den test machen wen ist du willst muanessa geff mal den telephones nummer call me schick mal den telephones nummer per e-mail ich rufen du schon weil du kannst ja nicht an den Zoom das geht schon nicht und dann machen wir das Telephone wenigstens Zeit tue es kein Stress für um Juni ja vielen 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 12 du bist gleich also Stefan tue se ben o i Au revoir. Also, du machst dann mein Mikro aus und dann machst du der Chained Lit. Du machst dann mein Mikro aus, 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 Stay home, we'll stay home, Mach let's de boye schmanger rum. Stay home, we'll stay home, Mach let's de boye schmanger rum. Jem, hängt einfach an dat gie nie um acht. Stay home, we'll stay home, Mach let's de boye schmanger rum. Stay home, we'll stay home, Mach let's de boye schmanger rum. Komm, ach, guck, all, Wind aus Kreis, ach, frei. Jem, jem. Jem, jem! Jem, jem, jem! Jem, jem! Jem, jem! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020